Zahnfußleute, kann aber was auch hier haben. So, da haben wir wieder Knallmatten in Fanta String 500, mit NEM 85 Gramm F2, Knallstrengen sind das. Die Holländer, und seitens ich von Rubro, wo die Gescher Fireworks kommen. Schauen wir mal, was das Ding da kommt. Kannst du alles machen spontan mit dem Messer. Aber ich sag, legen wir mal, der Zahmscheiz ist schon wieder rausgeguckt. Gut, ich habe den Brenner eingesteckt. Dann zünden wir mal die Lanter an. Die Girlande. Boah, die geht schnell. Ja, die ist aber lässig. Ja, die hat was. Die und die radiert nicht durch da. Ich habe mir jetzt auch gedacht, dass man weggegeben wird. Trifft mich gleich eine Ladung, hinten eine Wasche oder was. Ei, ei, ei. Ab und da. Mori hat es gerade durchgebracht. Wie ist es, der hat das Tuch jodet. Wie ist es? Wir werden ja schon bald einen Besen mitnehmen. Ich habe den auch nicht im Auto. Ich finde es, dass sie nicht so laut sind, sind sie aber lässig, weil sie so durchdieren. Obwohl, du kommst aber auch gleich lauter vor, wenn die Scholl so aufeinander schlägt. Jetzt noch mal weggeheißt. Ja, ja. Da pfeift uns jetzt schon wieder die Anwaschen wahrscheinlich. Ja, die ist ganz lustig. Die gefällt mir. Aber das war es auch schon wieder gewesen mit dem Test. Ja. Also, bis zum nächsten Mal und Servus. Servus. Servus.